Ich schiebe im Dunkeln meine dunkle Kiste. Dummdi-Dum. Dummdi-Dum. Das ist so schön. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Dummdi-Dum. Dummdi-Dum. Huch. So. Ich kann erstmal da bleiben. Ach, guck mal. Hä? Ist das jetzt die Kiste? Warum liegt die denn da? Hm. Na ja. Ich nehme es mal so hin. Einfach mal so hin. Ja, dann kann ich ja jetzt aber hoffentlich mal hier, äh, drüber. So. Da hätten wir die Kiste. Und hier eine Kiste. Das war schon mal nichts. Da die Kiste. Dann können wir die Kiste. Boah. Wie Tarzan persönlich. Tiergeräusche. Oh. 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 Okay. Hmm. Überleg, überleg. Hmm. 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 Ich dachte, ich hätte schneller sein müssen. So. Dieser Block ist etwas höher als der. Das heißt, dieser Block wird als erstes oben den Magneten erreichen. Wenn es nach oben schwebt, der folgt als nächstes. Das heißt, das Ding da muss ich schnell aus- und einschalten oder so. Ja. The brain did it. Schon albern, oder? In der Weihnachtsbäckerei. Oh, regelt es ja schon wieder. Die ist ja blöd. Ich mag das. Huch. Ah. Das war wohl nichts. Na komm. Nee. Nicht so langsam für. Mann, oh... Mann, oh... Nein. Oh. So Back to life Das muss doch hier gehen Muss doch da irgendeinen Trick beigeben Verdammte Scheiße Komm, 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 komm Ja Oh, das spießt mich bestimmt auf Oh, ich wusste es Ich wollte doch da runter gehen Alles auf einmal ist Armes Kerlchen hier Na komm So Hoch Ah, Mann Man, ich hätte es doch fast geschafft Huch Oh, ich hoffe, ich habe jetzt überhaupt was aufgenommen Bin nämlich gar nicht irgendwie auf den falschen Knopf gekommen Ui, das war zu viel Nein Nein Mano Ja Ja Spielverzeiht aber auch kein Fehler Ja Eins Zwei Drei Eins Zwei Drei Ich nehme den Weg Offenbar der Richtige Na gut Sind da schon wieder Hier links Na lauf Na Sorry Verdammte Scheiße nochmal Na com So, lauf. Oh, schön lauf. Ja. Oh. Hä? Wie geht das jetzt an und aus? Ja. Nee, doch nicht. Hm. Da fliegen die Gelärme rum. Ach, ich muss erstmal den Magneten ausschalten. Ai, 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 ai. Armer Kerl. Oh, das geht doch. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh, nein. Ja, ein bisschen zu spät. Komm! Mist! Die Füße noch erwischen. Verdammt! Jetzt aber. Oh! Oh, my God. Is something in here? Ah. Ach, da geht's gar nicht weiter. Okay. Hä? Wofür kann man das denn machen? Ist das so eine Falle? Hm. Ah, ich weiß. Nee. Es kann eigentlich sein, oder? Ja! Ich novell. Und nun? Hallo? Passiert hier noch was? Na komm. Steh auf. Jetzt geht er von alleine. Ich bewege nichts von alleine. Also ich meine, wie auch immer. Was? Was? Was ist los? Na gut. Ich hab's geschafft. Dann, äh... Vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank. Falls tatsächlich jemand hier zugeguckt hat. War ein schönes Spiel. Sehr kurzweilig. Aber sehr, ähm... Stimmungsvoll. Ein schönes dänisches Indie-Game. Mit ein paar frustrierenden Momenten, die aber trotzdem alle irgendwie zu meistern waren. Tja. Das war das Spiel Limbo. Und... Tschüss!